Ah, du Scheiße. Du vergesst das ganze, nächste Geld. Ich vergesse es nicht, ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht, ich brauch's nicht. Au! Ah! Oh, schütt, 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 schütt! Oh, oh, oh! Ich muss mal kurz das Essen, warte. Okay, jetzt komm ich mit meinem Hammer. So, hast du nicht gedacht, ne, dass ich hier auch noch mal schwinge? Super, jetzt haben wir Feinde hier im Dorf. Ich hab' die ganze Zeit vorhanden, aber sie waren die ganze Zeit so. Schon nicht glücklich, dass wir Sachen mitnehmen. Das kann denen doch egal sein. Oh fuck! Nächste. Bring die ganzen, bring die ganzen Laden in die da, ey! Das ist nur so ein unheimlich, unheimlicher Service hier. couldset und schütt, schütt, schütt und schütt! Oh nein. Vielleicht noch Besuch von hinten. Ich muss mich kurz heilen. Ich bin rausgetackt, ich bin rausgetackt. Ich schnau, ich schnau. Das ist echt egal, wenn du rausgetappst. Kann dir mir vorstellen. Kannst du es? Was? Alter, wie schnell ging das denn jetzt? WTF? WTF? Habe ich irgendwas von dir geklaut? Kann sein, ist nicht schlimm. Wir machen ja eh alles gemeinsam hier. WTF? Ich versuch mal einen neuen Planeten. Also so ein Darker Planeten ist ja nicht schlecht. Machen wir was. Machen wir was. Ich brauche mich nicht gerade herzlich wenig. Was ist? Der Bindel ist gerade nur halt nicht so viel. Ja. Das müssen euch auch ein Ocean-Planet sein. WTF? Ich weiß nicht was das ist, guck mal. Es sieht voll geil aus. Ja, mach's kaputt. Ich weiß, dass man ganz mitnehmen. Kann ein paar Falsch mit den Pokéball ein. Ich muss Leute verletzen, obwohl ich sie einfangen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist aber so. LOL. Und die Amantinger sehen voll geil aus. Nee, es klappt nicht. Nee, es klappt nicht. Und du hast ne Kiste übersehen. Ich hab mir ja auch ne Kiste geholt. Ach geil. Was ist das? Oh, aha. Was ist das? Ein neuer Zauberstab. es gibt auch ein anderes Material, also Prisma irgendwas Prisma Erz oder so, was weiß ich Da kann man Sachen klappen Ich hab einen Feierarschatz-Zauberschaft gefunden Level 5, welchen hast du? Er hat einen Level 4er und ich hab auch einen Level 5 gefunden Ich kann die auf die Zeit anhalten Wie geil ist das denn? Ich muss gleich mal testen O negatively Alle drin kann was es markieren v Die Spaß wird Ihr te Das sieht so geil aus, wenn das so leuchtet. Oh, und ich hab hier irgendwas anders gefunden. Naja, okay. In der Bohrstation? Ich glaub hier sind wieder Avians. Wenn's Affen sind, dann sind's die Apex. Nee, Avians. Von gerade. Die haben aber kein Labor? Ich hab keine Ahnung. Nee, das war nicht so ein Labor, das war irgendwas anderes. Oh ja, da geht das so weit hoch. Das war nicht so weit hoch. Das ist so weit hoch. Eigentlich vorkommen die sich diese Windböen auch ein bisschen mittragen. Wo ist es da so hin gewesen? Keine Meinung. Na gut. Wo geht es jetzt weiter hin? Ich kauf mal 50 Stück Rohren Bacon. Oh, das war dumm. Das war sehr dumm. Mache, kommst du mal zu meiner Position? Das geht glaube ich, ich hab auch ein paar Kreaturen. Nein, nicht die Kreaturen. Weil ich 50 Stück Rohren Bacon gekauft habe und weg einen Platz für 50 Stück. Weil ich vergessen habe, dass man den nicht stacken kann. Ja, ich komm gleich. Ich hab hier Bacon. Wir haben einen Bacon-Alarm. Bacon-Alert. Boah, hast du zu viel Bacon? Mario. Ja. Lass mich erstmal die Kiste holen. Oh, hat sich gelohnt. Ja. Dann kannst du nicht in der ganzen Lage Bacon-Problem. Okay. Jetzt wird mein Schiff beamen. So, und jetzt... Zu dir. Boah. Was hast du denn da auf dem Kopf? Das ist ein Krustmarschel-Helm. Geil. Danke für, dass du mir den Bacon gemacht hast. Ja. Das ist ein anderer Planet, ne? Ja. Ich geh aber erstmal gerade Bacon einräumen. So, das heißt, zu uns zum Bahnhof, ja. Da, direkt im Bahnhof ist ja unsere Küche. Oh, Mann. Ich hab definitiv zu viel Kram. Ja, Bacon-Fein. Ah, wie toll ist das viel? Ja! Das ist ja noch roh, oder? Das kann man noch braten. Sehr wahrscheinlich. Ja. Muss man. Also sollte man. Bist du gerade zu Hause? Ja. Wo genau? In der Küche. Dann bin ich nicht zur Bahnhof, sondern eher in die direkt in die Küche. So, Cocked Bacon. So. Cocked Bacon. So. Cocked Bacon. die zu viel Becken was ist hingepackt das ist guck mal da ist auch er sehen das über die Eistur hier nein nein nicht Eistur da nicht in die Eistur warum hat es einen Unterschied weil sie sagte kein Rohdbecken nee das ist ja gebraten alles ja aber guck mal hier ich tu da immer leckere Mahlzeiten rein ich wollte eine Tour woran man wirklich das ganze lecker gemacht machte Essen rein tun so wirklich schon oh probieren wir es wir brauchen immer mal ein bisschen zu schaffen Zucker anzubauen ja ich brate dein Bacon auch noch nein 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 nicht beraten bitte nicht mach das nicht weil ich mach da ich will mal ein paar Rezepte ausprobieren und das brauche ich roten Bacon verstehst du ja verstehst du ich brauche nicht mal mehr Zucker ey da muss ich mein Bacon packen ja ja ne und her ne und her ne ich hab keine Ahnung ich hab auch noch irgendwo rohen Fisch den ich irgendwo packen muss ja die hab ich auch schon gebraten ich brauche mehr Kühlschränke ja ich brauche eine Koch hier unten ja Fisch und Brot ja 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 Ach du Scheiße wo kommt der ganze ganze Material hin Drei mal Fischfinger. Ich habe so komische Bücher gefunden, die sind nummeriert. Eins bis vier. Okay. Muss man auch immer damit machen sollen. So, und das ist auch alles okay. Wo haben wir denn die Teleporterkerne? Ich weiß nicht, wie ich es brauche. Ich weiß nicht, wie ich es brauche. Zauberstäbe, Zauberstäbe, Zauberstäbe. Ja, okay. Ich habe jetzt den Feuerstab mit Level 5. Laufgeil. Ich erst mal ein paar von den Bacon, also ein bisschen was von Bacon. Ja. Ob das mal weniger wird. Ich versuche mal, ob ich den ganzen Kram hinschmeiße. Was ist das überhaupt? Oh Gott. Wasserballon. WTF. Da kannst du schmeißen auf Gegner. Ich bin kein Gegner. Reden. Ah. Das hat das... Wow. Das ist ein Wurfsteller. Okay, direkt übertreiben. So. You're never gonna have middaman. So. You're never gonna have middaman. I was just trying to have middaman. Woob. So. Was ist das? Und wie ist das? So. Ich hatte das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020